Ja, servus Leute. Normalerweise schaue ich nicht Fußball, aber heute muss ich wohl was zünden, ein Special. Heute haben wir gewonnen mit 3 zu 1. Sie haben das Unmögliche möglich gemacht. Sie machen das Unmögliche, immer möglich! Äh, ja, ich glaube so gut gespielt haben wir schon lange nicht mehr. Und das müssen wir aber feiern mit einem B1er. Und ja, das ist legal bis vor, dass sich da wieder jemand beschwert. Ja, gut gespielt. Wenn das nächste Spiel auch wieder gut ausfällt, werde ich wieder ein Special machen. Danke fürs Zuschauen!